Ich mag, sondern eigentlich eine Situation, eine Art Geschichte. Wie ein kleiner Film kannst du es dir vorstellen. Ist das auf jemand ganz bestimmtes geschrieben oder ist das einfach mal so allgemein? Nee, eigentlich nicht. All meine Lieder sind eigentlich zu 50% wahr und zu 50% nur Vorstellungen. Ja, ist nicht so viel, ich weiß. Und du bist ja erst 20, ist das richtig? Ja. Mit 20 ist das ja nicht schlecht, dass man schon ein Album rausnimmt. Wie schnell ist das denn dazu gekommen? Ich habe schon die ganze Zeit meines Lebens eigentlich mit Musik zu tun. Ich habe die Nettoons vor zwei Jahren getroffen. Dann sind wir zusammengekommen, haben angefangen zusammen zu arbeiten. Und auf diese Weise hat das eigentlich alles so gestartet und ist weitergewachsen. Und auf dem Cover sieht man das ja hier. Du bist ja sehr aufwendig bemalt da. Wie lange hat das gedauert? So lange. Super lange. Ich glaube, sieben Stunden. Oh, warst du da auch ohne was an? Also nackt? Ja, aber ich bin nicht so sexy wie dein Sexbomb-T-Shirt. Ja, das ist richtig, aber ich zeige es nicht. Ihr wollt ja wieder nur das eine. Ich zeige es euch erst mal nicht. Da bleibt natürlich die Frage noch offen. So ein hübsches Mädchen wie du, hat das denn ein Freund? Nein, ich habe nicht. Nein, habe ich nicht. Sehr interessant. Und bleibt da keine Zeit für oder gab es bisher noch den richtigen? Um, well, yeah, I mean, it's a mixture of a whole bunch of things.